Moin Youtuber, ist der Burstfilmer und Sonntag! Fürst der Finsternlitz! Bei Terraria auf der Playstation 3 Part 18 mittlerweile, ihr seht hier schon, mit dem dämlichen Helm auf dem Kopf ist der Luca98 wieder dabei. Den werden wir gleich mal ausstatten hier, den guten Jungen, dass er nicht so nackig rumläuft. Yeah, ist schon wieder Tag geworden. Und du bist gestorben, Burstfilmer. Warum auch immer, obwohl du dich ja eigentlich eingebaut habt. Ich vermute tatsächlich, es war der Weltenfresser. So. So. Und so. Okay. So, jetzt muss da Luca sich einmal neben mir postieren, dann kriegt er auch seine Ausrüstung. Zack. Zack. Und... Schuhe fehlen noch, da haben wir sie. Zack. Bitteschön. Na toll, jetzt hab ich sie wieder. Och. Warte. Zack. Kriegt ihr das hin? Zack. Jetzt hat er's. Hübsch. Er hat immer noch einen Helm auf dem Kopf. Äh, so ein Eimer. Sieht nicht sehr angenehm aus. Es stört mich. Es stört das Gesamtbild. So, okay. Und dann machen wir uns wieder auf nach links zum Weltenfresser. Yeah. Geht mal oben rum. Schneller. Hüah. Zack. Ach, oben ist was für... ...für loschen. Geht hier schon wieder unten links. Pro-Gamer, ey. Nummer eins. Bist du schon im Loch drin, oder? Nö, ich steh immer noch hier oben. Ich warte, boah, ich geh da nicht alleine rein. Da hat er Angst. Auf jeden Fall. Das ist Angst in dunkel, ne? Ja. Obwohl, du hast doch gut Fackeln da unten hingeschnatzt, ey. Das kommt noch dazu, ey. Dunkel halt. So, ich bin hier im Wald. Ich bin aber noch nicht im Dschungel angekommen. Nee, nee. Boah, Mann, ey. Ist man hier auch irgendwann mal angekommen? Okay. Wann die da? Äh, ja, kannst ins Loch. Ach, ich war da einfach noch ein bisschen. Ich bin schon drin, ey. Komm, los. Ja, ja, ey. Sieh doch eure Köpfe. Ich habe ihn schon halb down. Los, komm, schnell rein. Nee. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich versuche gerade ohne... Ohne mich aufhalten zu lassen, einfach hinzuhüpfen. Boah. Kacke ich jetzt an der Fledermaus ab, oder? Ist ja lächerlich. Mann, warum rennst du denn auch nicht oben? Weil oben schwul ist. Nein. Alter, jetzt sind schon wieder dreieinhalb Minuten verbraten. Ja. Immer noch oben die. Was baust du auch nicht unten, ey? Bin tot. Verdammt, ey. Spring mal ins Loch und kill den jetzt, ey. Ey, und du hast noch die mir an mit meinen fünf Herzen, oder was? Du hast hier noch die sieben Herzen und die ist an der Fledermaus tot, oder? Woran bist du gestorben? Ja, weil ich schnell durch wollte. Hat nicht so ganz geklappt. Ich gucke jetzt mal oben, was da so abgeht auf deinem Johnny-Roger-Weg, ey. Auf jeden Fall. Das ist ein Johnny-Roger. Das ist das Pferd von Lucky Luke. Echt? Glaube ich. Na dann. Ja, du kennst wahrscheinlich nur Johnny-Walker, wa? Auf jeden Fall. Aber auch nur halb leer, ey. Wir hätten hier so eine Hütte gebaut, ey. Ist ja herrlich. War es lächerlich. Nix, nix. Alles gut. Wunderhübsch. Alter, als ich den Weg gebaut habe, ey. Da waren ständig Gegner, da musste man sich ja irgendwie mal schützen. Wo ist eigentlich Bob, der Baumeister? Weiß nicht. Der ist auch unten. Nach dem Urlaub. Ja, wo bleibst du denn? Ich kann das jetzt... Achso, du bist oben, ja? Achso, okay. Wir sehen ja alle gleich aus, wie von den Mini-Köppen. Okay. Ich bin auch oben. Ja, guck mal, guck mal. Ich bin schon da. Ja, seh ich, ey. Oh, der Luca ist toll. Ich habe hier irgendwie eine coole Waffe gefunden. Was denn für eine? Ist ja auch nicht. Alter, wie weit ist denn das hier oben, ey? Ja, hallo, das bist du die ganze Zeit unten längst. Das ist ja ultra langweilig. Hättest du nicht mal ein bisschen was Hübsches hier hinten stellen können? Ja, was denn? Eine Vase, oder? Ja, zum Beispiel, ey. Dass man mal an so einer Vase vorbeiläuft. Kannst du ja machen, ey. Oder so eine Meta-Angabe. Ja, das wäre natürlich cool. Noch 200 Meter bis zum Ziel. Hier. Bist du runtergesprungen? Nee, du siehst das schon, wo ich bin. Gleich nur da. Ah, hier hat eine Langeweile gehabt. Ah! Genau, ja, jetzt. Bäh, bäh. Ja, sollen wir das aufreißen, oder? Ja, natürlich, ey. Willst du hier Kaffee trinken, oder? Ja, aber guck dir mal an, was da unten los ist. Hallo, mach mal bitte zur Seite auf, nicht nach unten. Bisschen verrückt. Und du? Pass auf. Ja. Oh, Alter. Bin unten. Ich mach, ich mach hier. Oh. Oh, ich hab die ganze... Das ist mir doch scheißegal. Ich bin einfach abgehauen, ey. Super. Wo ist denn das Loch, wo sie rein... Ich bin beim falschen Loch, ey. Kacke. Ich bin schon fast zu... Welches Loch ist denn das? Das hier ist das. Okay. Hier müssen wir rein, ja? Hier, ne? Ja. Pass auf, da ist ein Blob. Was ist da? Nix. Springen wir einfach rein. Was ist das hier für ein Weg? Das hab ich doch extra... Oh, fuck. Doch extra im letzten Park gebaut, damit... Toll, das ist voll... Von oben keiner mehr... Schissen, das kann ich jetzt extra wegmachen, ey. Ja, du hast doch eine Axt dabei, oder nicht? Ja, aber oben sind Gegner. Mann, ey. Das ist doch nur Schrott gebaut. Das sollte uns ja vor Gegnern schützen. Ich bin auf dem Weg nach unten. So schön. Ach, scheiße, hier musste man ja runterhüpfen und unten noch war ja, ey. Oh, ey, den ganzen Weg wieder da hin. Oh, jetzt bin ich fast tot. Ich springe doch nicht da runter, weil der Weltenfresser da unten ist. Hm? Woher komm denn hin? Da hat ihn einen auf'n Picknick. Das ist der Picknicker, ey. Oh, da unten ist ja die Hölle los, ey. Nein! Alter, hier ist so ein Wurm, aber das ist nicht der Boss. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen wahrscheinlich sowieso wieder neue Kugeln sammeln, oder? Weiß ich nicht, ich hoffe nicht, ey. So, ich bin jetzt unten. Okay, man schiebt langsam vorwagen. Wo war denn das hier? Nee, hier war das nicht. Ah! Und, ist er da? Nee, er war so ein anderer Wurm. So ein kleiner, großer Wurm. Kleiner, großer Wurm, ey. Ah, Alter, Mann, jetzt stirbt doch, ey. Einen Treffer noch, dann ist er weg. Wäre doch schon wieder dunkel. Komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Wo bist du? Zack, tot, ey. Boah, mal auf, was du. Und wie läuft? Alles im Griff. Nicht, Schnauze. Oh Mann, ey, ich brauche echt Hermesstübel, ey. Das ist ja so. Also in dem Loch ist er definitiv nicht mehr. Weißt du, was er am Schild hier gebaut hat? Wie kann man das denn sehen? Oh. Ja, also anscheinend müssen wir wirklich die Kugeln erneut zerstören. Das Problem ist, dass diese Kugeln nicht unendlich vorhanden sind. Hm. Ärgerlich ist das, wenn wir dann irgendwann das Problem haben und den gar nicht mehr rufen können. Aber um das Erz zu verarbeiten von ihm und vom Auge von Zutulu brauchen wir den Wurm. Jetzt ist die Frage, ob wir das vielleicht sein lassen, bis wir wirklich herztechnisch besser ausgerüstet sind. Das ist mal Herzenfarm, oder? Ja. Aber Herzfarm ist echt mühselig, ne? Ja, aber früher oder später brauchen wir ja noch einen Weg in die Hölle, oder? Ja. Also Herzen sind ja nicht unbedingt nur in der Hölle, ne? Ja, aber auf dem Weg zur Hölle. Ja, die sind in Höhlen irgendwo. Überall. Ja, ja. Ich weiß. Auf dem Weg zur Hölle. Alles ist auf dem Weg zur Hölle. Wenn du es so siehst. Also, was stellst du denn mit der Frage? Ja, also, wie sieht jetzt der Plan aus? Was sagt denn die Zeit überhaupt? Die Zeit sagt, wir sind bei 11 Minuten. Super. Das ist ja richtig prägelnd, ey. Stuck, du siehst du. Leute, ich würde sagen, da wir jetzt gerade das Problem haben, dass wir echt nicht weiterkommen, beziehungsweise es sinnfrei ist, diesen Boss jetzt weiter zu versuchen. Machen wir den nächsten Boss. Skelet. Ja, genau. Nein, wir machen nicht den nächsten Boss. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Break. Okay. Checken dann mal in Ruhe ab, was jetzt eigentlich noch so machbar ist. Beziehungsweise, ob wir euch jetzt nerven wollen mit den Herzen. Weil das natürlich genauso wie das Erzfarm wieder so eine Nervsache ist. Aber im nächsten Part, seid euch gewiss, wird richtig abgerockt. So. Wir sehen uns dann. Auf jeden Fall.